Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in den VD-Lights. Vierer, äh, siebener Jake. Vierer Cluedet. Und. 21 Jahr, wait. Hä? Ein Geheimnis? Was weißes? Alle am gleichen Spawnplatz, aber das mussten wir doch sehen können, oder? Oder haben die das geändert? Ich weiß nicht, was es für weiße Teile gibt, die nicht umgedreht werden. Hab ich jetzt irgendwie ein bisschen überfragt. Vorher konnte man das auch immer sehen, oder nicht? Oder ist das nur in einem Friends-Match gewesen? Ich weiß das jetzt grad gar nicht. Oder die haben's gepatcht. Das kann natürlich auch sein. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja komm, dass wir wenigstens zwei kriegen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein Camper, glaube ich, gewesen, oder? Ja. Na ja, läuft ums Haus rum. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich find das jetzt irgendwie gerade nicht so optimal. Muss ich schon sagen, dass die Frau mich einfach... Das war's für heute. 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 Beim nächsten Mal sabotiere ich nur Haken, da repariere ich gar keine Demonstrationen. Ja, mache ich jetzt einfach so. Ja, ist ja schön. Ist ja super. Ja, lass deine Aggressionen frei laufen. Jo. 2.0. Spice from the shadows. Das war's, was mich gerade... Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheese.